Steht Bitcoin vor einem Abverkauf und damit vor einem weiteren Lower Low, das erfahrt ihr im heutigen Video. Und damit servus und herzlich willkommen zum heutigen Crypto-Update von Trading&Air am Freitagmorgen. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum im Detail an, wie der unser aktueller Fahrplan ist, beziehungsweise was unsere möglichen Szenarien sind und gucken dann eben jedenfalls auf neue Tage. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Eins wie immer vorweg, könnt ihr wieder natürlich gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Falls noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet, auch die Glocke aktivieren. Ja, wir starten rein. Crypto-Market-Bersiehung bei 835 Milliarden US-Dollar mit 0,5% im Plus. Bitcoin notiert hier mit 1,4% im Plus bei den 16.800 US-Dollar. Grob gesagt, Ethereum mit 1% im Plus bei den 1.200 US-Dollar. Sonst gehen wir mal direkt auf die Ausreise ein. Nach oben raus einmal Litecoin mit 8%, Leo mit 7,3%. Sonst relativ wenig. Haben wir den Trustwall-Token mit 1,6% und Arif mit 6%. Und nach unten raus Solana mit 4%. Centralics mit 3,6% und V-Chain mit 1,9% und auch hier relativ wenig Bewegung am Kryptomarkt. Wir gehen auf dem Bitcoin-Chart, machen wir uns auf dem Daily-Time-Film mal ganz kurz die Zeitungen aus. Grundsätzlich aber, ja, kann man das Ganze hier eigentlich überspringen, da sich hier nicht allzu viel getan hat. Nach wie vor aber, muss einfach gesagt sein, jeder Daily-Close, den wir unter unserem Low von den 17.6% bekommen, ist grundsätzlich erstmal bearish zu werden. Auf dem 4-Stunden-Time-Film machen wir uns die Zeitungen an, gehen wir immer ganz kurz darauf ein, für die, die nur auf unserem Kanal sind, in was für einem Count wir uns unserer Meinung nach bewegen. Und zwar, seitdem wir hier oben die 25.000 US-Toler gesehen haben, sind wir einfach der Meinung, dass wir uns jetzt hier in einer Welle Z in Richtung Low-Low unter die 17.5 bzw. 17.6 bewegt haben. Ist jetzt endlich auch so gekommen. Das Ganze haben wir nochmal in A, B, C unterteilt. Und diese C, in der wir uns aktuell noch befinden, haben wir eben nochmal in den orangenen Count unterteilt. Und jetzt gibt es hier, wie auch gestern eigentlich schon grob angekündigt, beziehungsweise grob schon erklärt, mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, unser aktuelles Primärszenario mit leichter wieder Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer A hochgekommen sind, in einer B jetzt hier runter und jetzt nach wie vor in unserer C sind. Sprich, wir müssen jetzt hier unser Triangle, das ich euch gerade mal angezeichnet habe, hier nach oben hinaus verlassen. Dann wäre grundsätzlich jetzt erstmal die nächste wirkliche Haltestelle, unser Golden Pocket hier, bei den 17.300 US-Zoller bis 17.400 US-Zoller. Wahrscheinlicher aus unserer Sicht ist sogar Retails aus 07.86er bei den 17.700 US-Zoller, wo wir dann auch gegebenenfalls in einen Short-Trade einsteigen würden. Würden wir euch auf jeden Fall in der kostenlosen Telegram-Signal-Cube up-to-date halten. Wenn ihr da reinkommen möchtet, könnt ihr das einfach gerne tun. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Möglichkeit 2, etwas niedrigere Wahrscheinlichkeit demnach. Und zwar, dass wir sagen, okay, wir sind in einer A hochgekommen, in einer B runter, haben wir eine relativ kurze C gesehen und befinden uns demnach in einer gedehnten D wieder. Diese würde dann enden, spätestens hier bei den 16.070 US-Zoller, denn hier kommt einiges rein. Einmal unsere Support-Line, einmal haben wir hier eine kleine Ineffizienz, plus unsere grüne Linie letztendlich. Die das 1-to-1-Ratio darstellt, da kann man nochmal ganz kurz auf den Stunden-Timeframe gehen, die eben das 1-to-1-Ratio, beziehungsweise sieht man das hier, eben über unser AB letztendlich eben darstellt. Sprich hier auf jeden Fall, ja, können wir Support erwarten. Grundsätzlich kommt hier jetzt, glaube ich, sogar noch, wenn ich mich nicht hier erinnere, das 0887 da rein, wenn wir das gerade mal anlegen. Genau hier, grundsätzlich kommt hier das 0887, beziehungsweise 0786 auch noch rein, in dem Bereich, sprich hier definitiv Support, falls wir hier durchbrechen sollten. Aktuell, wie gesagt, Primärszenario, dass wir jetzt hier die Support-Deal-Resist-Line nach oben und raus verlassen. Gordon Pocket retails mindestens, er aus 0786, sollten wir das Ganze hier nach unten und raus durchbrechen. Das wäre jetzt hier der fünfte Test, damit auch statistisch gesehen sehr, wird einfach immer wahrscheinlicher, dass wir hier durchbrechen. Dann nächstes wirkliche Level, das wir im Blick behalten sollten, eben hier, das Level von den, Moment, 17.170 US-Seller bis runter auf die 17.050 US-Seller, oder circa hier dieser Bereich eben, sollten wir das Support finden, würden wir das Ganze wie folgt counten, dass wir eben sagen, okay, A hoch, B runter, hätten wir jetzt hier eine C gesehen, würden jetzt hier eine D runterkommen, dann nochmal eine in der E, beispielsweise hier bis zur Resistance-Line, rechasten und dann in Richtung Low-Low-Up verkaufen. Wäre möglich, denn wir würden jetzt eben hier halt diese Orangene 4 eben in einem Triangle zählen demnach und die, ja, die letzte Möglichkeit, die trotzdem aber wir auf dem Schirm einfach behalten sollten, falls dieses Level dann ebenso nicht halten sollte und wir hier nach unten in der Eros durchbrechen, dann können wir das Ganze auch wie folgt zählen. Es gibt einfach gerade mehrere Möglichkeiten, müssen wir einfach alles auf dem Schirm machen, dass wir in der A runtergekommen sind, in der B runter, in der C hoch, D runter, hätten jetzt hier bereits unsere E gefinisht, wären demnach schon in unserem ersten 1-2-Setup der 5, sprich, wir wären hier aktuell bereits möglicherweise in der 3 der Orangene 5, hätten demnach hier unsere Orangene 4 gesehen. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt. Und dann wären nämlich unsere nächsten Targets, falls wir hier durchbrechen sollten, dann wird das trendbasierte Fibonacci-Fest und über dieses 1-2-Setup letztendlich angelegt. Könnt ihr hier in grün sehen. Optimalbereich von den 15.770 bis runter auf die 15.500 US-Dollar, was grundsätzlich auch schon fast mit dem Lower Low korrelieren würde. Eher ziehen wir dann darauf ab, dass wir das Ganze hier überextendieren, in den Bereich der 15.000 US-Dollar bis runter auf die 14.700 US-Dollar. Das sind unsere drei Szenarien. Zuerst hatte ich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir eben sagen, okay, wir gehen hier nochmal in Richtung High-High. Sollten wir nach unten daus durchbrechen, hier diesen Bereich im Blick behalten. Sollte dieser nicht halten, haben wir diesen Bereich. Würden wir euch aber auf jeden Fall in der Talking-News-Gruppe up-to-date halten, wie sich da jetzt unsere wichtigen Levels erstmal verschieben würden. Sprich, wenn ihr auch in die Talking-News-Gruppe kommen möchtet, könnt ihr es natürlich auch gerne tun. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es auch immer mal wieder so kleinere Updates, falls sich was am Markt tut. Grundsätzlich erwarten wir uns aber erstmal wieder, weil Wochenende kommt, bis die Wochenende ansteht, eben erstmal eine weitere Seitwärtsphase. Sprich, es könnte auch wirklich sein, dass wir uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen fangen, dann hier hinten ausbrechen, beispielsweise nur aufs Golden Pocket to chasten. Muss man auf jeden Fall einfach gucken. Gibt es auf jeden Fall dann morgen nochmal ein Update im Video-Format dazu. Wir gehen rüber in die Therium, machen wir uns hier auf dem 4-Stunden-Time-Film nochmal ganz kurz, wenn wir etwas weiter rausgehen, gucken uns das Ganze hier ebenso wie bei Bitcoin an, wie wir uns unserer Meinung nach hier bewegen. Und zwar können wir sagen, okay, Möglichkeit 1, unser sekundärs Szenario. Wir sind in 1 hochgekommen, in einer 2 runter, hätten jetzt hier unseren lokalen Boden gefunden, würden wir jetzt hier in Richtung higher high gehen, was nur mit Bitcoin korreliert, wenn wir wirklich bei Bitcoin ein minimales Lower Low eben in unseren Optimalbereich sehen und dann komplett durchdrehen, was aktuell einfach nicht unsere Primärerwartung ist. Möglichkeit 2, was definitiv höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass wir uns jetzt hier wie bei Bitcoin eigentlich in der X damals hochbewegt hatten und jetzt eben noch in einer Z in Richtung Lower Low gehen, das Ganze wie bei Bitcoin unterteilt in ein A, B, C und diese C eben nochmal in den orangenen Count. Auch hier würden wir die 4 eben nochmal in ein Triangle unterteilen, sprich auch hier hätten wir die 3 hier unten bereits gesehen und hier gibt es ähnliche Szenarien, aber etwas anders, denn hier würden wir sagen, okay, aktuell unser Primärszenario, dass wir in einer A hochgekommen sind, in einer B hier runter retraced, die C möglicherweise sogar schon gesehen hätten, denn wir wären hier in den Retrace aufs Golden Pocket gesehen, dann hier runtergekommen, in einer D, perfekt in den Optimalbereich gehittet beim 1, 6, 1, 8er, würden uns jetzt in einer blauen I hier hochbewegen, grob gesagt jetzt mal auf die 1.250 US-Seller und würden dann eben hier unsere orangenen 4 finishen in Richtung Lower Low gehen, was eben mit Bitcoin korrelieren würde, wenn wir da sagen, okay, wir sehen nur noch ein leichtes Higher High ins Golden Pocket, Möglichkeit 2, auch hier A, B, hätten wir wären hier hochgekommen in einer C und in einer D, dann hier hoch in einer E gekommen, ist wesentlich hässlicher hier als bei Bitcoin, muss man dazu sagen, dann hätten wir hier unsere 4 gefinisht und wären demnach schon bereits in unserer orangenen 5, gefällt uns aber aktuell einfach auch nicht so gut, denn hier würden wir auch das Ganze hier natürlich wie folgt zählen, dass wir sagen, okay, erstes 1, 2 Setup, hätten dann hier unsere, wenn wir es bereits in unsere 3 Eben gewesen, hätten jetzt den Optimalbereich gehittet, würden jetzt in einer 4 retrace, dann dürften wir jetzt kein Higher High mehr sehen, sondern nur noch in einem, eben nochmal in Lower Low, beziehungsweise in Lower Low sehen, dann in Richtung unseres Überextension-Bereichs bei den 1.100 US-Seller, beziehungsweise unsere Oberkante der roten Box. Ja, muss man jetzt einfach gucken, wie wir uns jetzt hier verhalten. Sollten wir jetzt hier nochmal ein Higher High sehen, ist das Ganze sehr wahrscheinlich, dass wir auch bei Bitcoin eben nochmal in der Zeit eben in Richtung Golden Pocket wandern und das Ganze hier mittels A, B, C, D, E eben zählen, gefällt uns aktuell am besten, aber auch hier würden wir euch in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date halten, falls sich hier etwas Markantes tut. Das wird dann sehr schnell auch schon gewesen sein. Wir freuen uns über jegliche Art von Support, gerne mal ein Like oder einen Kommi dalassen und sonst würde ich sagen, Training ist raus, wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe wieder, sonst morgen regulär im Update-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.